Wie sagt man jetzt eigentlich richtig? Trocknet ein Harz oder härtet es? Bitte warte, deine Wissensreihe rund um das Thema Kunstharz und Silikonformbau geht in die nächste Runde. Und heute stellen wir uns mal die Frage, ob ein Harz trocknet oder härtet. Oder ob es sogar beides kann. Um dem Ganzen ein bisschen auf den Grund zu gehen, brauchen wir zunächst einmal eine Definition. Was ist eigentlich eine Trocknung? Oder was bedeutet es, wenn etwas trocknet? Trocknen bedeutet eigentlich nichts anderes wie den Entzug von Flüssigkeiten aus einem Stoff oder einem Gegenstand durch beispielsweise Verdunstung, Verdampfung oder eben chemische Anwendungen. Die Schlaubischlimpfe unter euch würden jetzt sagen, ist eine chemische Reaktion und Harz trocknet. Aber mit den Harzen, mit denen wir alle arbeiten, das ist meistens Epoxidharz, das sind sogenannte Reaktionsharze. Und was sind Reaktionsharze jetzt? Ganz einfach, durch die Zugabe vom Härter in das Harz entsteht ganz am Ende ein fester Kunststoff. Chemisch gesehen spricht man von einer Polymerisation. Bildlich gesprochen und ganz, ganz vereinfacht haben wir A und B, die sich die Hand reichen und mit ganz, ganz vielen anderen A- und B-Pärchen eine Kette bilden und schlussendlich dann der feste Kunststoff entsteht. Heißt, nach dem, was ihr jetzt gehört habt, dass ihr nicht mehr davon sprecht, dass euer Harz trocknet, sondern dass euer Harz aushärtet. Ihr wollt mehr solcher Videos? Dann abonniert gerne meinen Kanal, speichert euch das Video ab und macht das Herz rot.